so meine herren und damen der sonne ich begrüße euch zu einer weiteren folge von haus flipper ich habe bereits beide türen entfernt die eingangstür und die tür raus zum garten aber ich habe was gesehen nämlich fließen dann können wir jetzt so 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 Dann fehlt jetzt hier noch eine neue Eingangstür, eine neue Haustür und ich möchte euch schon mal sagen, freut ihr euch auf den 18. Februar im kommenden Jahr, weil da kommt das DLC zu diesem Game raus, nämlich die Luxusedition, das heißt dann kann man nämlich auch Luxuswellen renovieren und darauf freue ich mich schon mega. Musik Musik Zähne so sieht man das nicht mehr so und das haus ist so gut wie fertig aber auch mal jetzt noch heizkörper jetzt machen wir vorher noch die fenster bevor wir mit der einrichtung starten so wir brauchen noch mal farbe habe ich gerade entdeckt sonst haben wir alles okay dann braucht man noch so farb und ein kleines schnuckeliges sofa geht auch nicht im weg um dann können wir da den fernseher hinstellen braucht man auch noch ein einen tv schrank kann sein dass das zu groß ist ja das ist groß dann braucht man auch wir fahren so Okay. Bisschen schief aber egal. Braucht man eine andere Kommode. Nehmen wir mal eine Kommode, bringt mir gar nichts. Nehmen wir jetzt so einen Schuhschrank, ist mir dann auch scheißegal, der ist aber zu klein. Ja. Schon sind wir zufrieden, jetzt brauchen wir nur noch einen Tisch. Hallo, netzer. So. Da wären wir eigentlich durch. Da haben wir alles. Da ist alles. Ja, mein PC läuft schon durch, ich habe ihn noch nicht neu gestartet, deswegen kann es sein, dass er jetzt ein bisschen muckt. Wäre erledigt, neue Türen sind drin. Brandenfrei. Es liegt nicht am Spiel, es kann sein, dass das bei mir am PC liegt, weil das schon eine Weile läuft. Egal. Was haben wir denn bezahlt? 31.000 Euro für das Haus bezahlt. Dann können wir es jetzt eigentlich, können wir mal innen rein und können die Bude so verkaufen. 1, 2, 3. Komm, komm, komm. Hau die 40 raus. Komm. Yeah. Da verhandeln wir um. Machen wir 3.000. Nice. Nehmen wir an, können wir direkt die nächste starten. Nächste Renovierung. Da müssen wir mal unser eigenes Haus anfangen zu renovieren. Könnte man das machen? Überschwebtes Haus. Ja, können wir machen. Ah. Oh, Scheit. Habe ich so den Eindruck. Noch was getrunken. Dann kann man uns die Bude mal anschauen. Oh, Scheit. Kann man aufheben, kann man aufheben. Ja, das kann man alles aufheben. Das würde ich auch gerne tun. Die Tür ist noch gut. Holy shit. What the hell. Also das ist wirklich alles kaputt. In dem Haus. Das wäre ein gutes, äh, Fleckchen für ein Wohnzimmer. Das wird 100 Pfost Bad sein. Äh, ja. Es sollte eins sein. Aber nur die Dusche ist gefließt. Okay. Okay. Wohnzimmer steht drauf. Und hier. Das sollte wahrscheinlich eine Küche sein. Dann könnte man da noch den Esszimmerbereich bauen. Also dadurch. Wohnzimmer. Schlafzimmer. Ist ein Plan. Werden wir auch machen. Die Fliesen kann ich auch nicht lassen. Aber. Jetzt haben wir erstmal. Sämtliche Türen hier raus. Die alle neu gemacht werden müssen. Das mache ich immer relativ am Anfang. Wow. Die Fliesen sind sogar noch richtig gut intakt. Da könnte man was draus machen. Auch das Parkett schaut noch sehr cool aus. Auch da könnte man noch was machen. Wie schaut jetzt ein Bad aus? Also das Spülbecken können wir lassen. Die Dusche muss raus. Und das muss auch weg. Okay. Dann können wir wieder mit dem Bad starten. Das kann man eigentlich lassen. Weil dann kann man da direkt die neue Dusche einbauen. Was sagt das Licht? Funktioniert. Kann man ja mit Bad wieder starten. Und das Bad. Machen wir diesmal. Okay. Könnte man es in blau machen, ist doch eine geile Idee. Schaut doch schon mal sehr cool aus. Oh wir haben keine Fliesen mehr. Oh. jetzt können wir mein haus renovieren ist etwas größer ist als die anderen häuser jetzt werden wir wahrscheinlich die Fliesen nicht ganz reichen nein jetzt reichen mir die Fliesen nämlich nicht ganz dann brauchen wir noch ein Paket machen wir mal zwei sicher ist sicher machen wir mal zwei so dann hätten wir das Bad soweit fertig den Boden komm Fußboden in Fliesen könnte man doch den machen ich denke das könnte so ein sehr cooler Kontrast werden schauen wir mal wie es aussieht ja das machen wir super ich brauche Gips um ein Loch zu füllen hier sind keine Löcher egal dann bauen wir mal die Dusche ein die Eckdusche nämlich diese nice ist nicht das Spiel das ist mein PC jetzt gerade ich müsste den mal wieder runter fahren habe ich aber noch nicht gemacht weil ich wollte erst das Video aufnehmen ich denke mir so eine Riesenluxus Villa könnte cool werden die zu renovieren auf allem mal den Riesenlux da musst du wahrscheinlich auch mit Gerüst arbeiten das könnte geil werden das könnte ein sehr sehr langes Projekt werden das könnte ich auch mit dem Riesenlux könnte ich ja bei Steam eingeben Luxury DLC oder Luxury Flipper dann kommt es ja direkt auf die Steam Seite von dem Spiel finde ich mega cool dass sie da auch doch weiter gedacht haben als ich vermutet habe dann können wir die Heizung eigentlich raus machen weil wenn ich jetzt eine andere Heizung einbauen nämlich diesen ich so ich bitte ich 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 bin gespannt wann das DLC kommt. Es steht drin, 18. Februar. Das Bad ist im Prinzip Picobello fertig. Hier fehlt nur noch die Tür. Ich denke das kann man lassen. Da kann man auch das Fenster mal sauber machen. Ein bisschen lüften. Richtig cool. Das Bad ist fertig. Dann würde ich gerne mit der Küche starten. Die Stühle müssen wir aufheben für den Essbereich. Und die Küchenzeile können wir wegschmeißen. Da ist die Tür schon defekt. Ja. Das geht mal zum Verkauf. Sehr gut. Das werden die Fenster sein. Oh, da ist auch noch eine Tür. Alle raus außer die Haustür. Und die Tür. So. Ja, ich bin noch dabei. Okay. Nein, wir wollten erst die Küche machen. Stimmt. Dann können wir ja hier die Küchenzeile schon mal platzieren. Oder Farbe. Wir brauchen erstmal Wandfarbe. Wand, Farbe. Äh. Dann wollen wir mal das. Hä? 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 Was sind denn da Löcher? Ich habe keine gesehen. Ach so, der vergibt die ganze Wand. Ach so, das überschwemmt. Die müssen wir erst gipsen. Aha. Wusste ich schon gar nicht mehr, dass das notwendig ist. Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020